Mobilfunk revolutioniert den Straßenverkehr der Zukunft. 1,5 Millionen Kilometer Stau pro Jahr alleine in Deutschland. Das wollen wir ändern. Vernetzte Autos sorgen in Zukunft für freie Fahrt. Datenfluss statt Verkehrsinfakt. Vorausschauend zum Ziel. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche. Aber Vernetzung kann noch mehr. Sie schützt vor Einbruch und Diebstahl. Die Zentralverriegelung lässt sich mit dem Smartphone bedienen und im Ernstfall können Vodafone-Sicherheitszentren weltweit sogar das Fahrzeug orten und die bestoffen. Dank vernetzter Solaranlage mit leistungsstarker Lithium-Batterie können Urlauber sogar unabhängig vom Stromanschluss stehen. Auf dem Smartphone ist dabei jederzeit zu sehen, wie viel Energie zur Verfügung steht und über die Sonne eingespeist wird. Für angenehme Temperaturen im Fahrzeug kann die smarte Klimaanlage auch dann gesteuert werden, wenn man unterwegs ist. So fühlen sich Haustiere auch alleine wohl. Und dank vernetzter Kamera kann man jederzeit bequem mitssehen, ob im Wohnmobil alles in Ordnung ist. Vernetzung sorgt für mehr Komfort und für mehr Sicherheit. Sie warnt sogar vor Gefahren, bevor Sensoren und Menschen diese sehen. So können dank Mobilfunk Unfälle vermieden werden. Selbst unübersichtliche Situationen wie das Überholen großer Fahrzeuge verlieren mit Vodafone ihren Schrecken. Denn mit See-Through sieht man schon bald auf dem Navi-Display im Auto, ob die Straße vor dem LKW frei ist. Smarte Kameras und Sensoren am ganzen Fahrzeug erleichtern das Fahren und auch das Einparken. So wird aus der bislang oftmals stressigen Ankunft eine Fingerübung. Das App-gesteuerte Hubstützen-System bringt das rollende Haim mit nur einem Druck auf das Smartphone-Display in die perfekte Position. Jetzt kann der Urlaub beginnen. Smart. Vernetzt. Sicher.